Für mich persönlich hat sie gut begonnen. Ich war auch mit der Mannschaftsleistung und mit meiner Leistung im ersten Spiel sehr zufrieden, habe mich dann leider verletzt und bin an die sechs bis acht Wochen rausgefallen, bin dann wieder ums zurückgekommen und mich dann wieder nach drei Wochen zu verletzen, sodass ich in der Hinrunde, glaube ich, auf maximal acht oder neun Einsätze gekommen bin. Also erstmal für mich persönlich ist das Ziel, alle Spiele zu machen, also gesund auch aus der Vorbereitung rauszukommen, um dann der Mannschaft helfen zu können, dementsprechend eine bessere Runde zu spielen und dass wir dann das in der Hand schaffen. Was möchte ich erleben? Also eigentlich will ich erleben, dass ich noch Spaß habe, sondern ich spiele und so hoch zu spielen, wie es noch geht. Musik 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 mujer